Hey Leute, was geht? Ich melde mich heute mit einer kleinen Ankündigung oder einer kleinen Danksagung zurück. Ja, ähm, erstmal danke für 100 Abonnenten. Ähm, das ist eine relativ große Zahl, also zumindest für einen kleinen YouTuber wie mich. Und ist schon mal ein erster Schritt, um prohibzwerden. Hahaha, irgendwann roter Teppich in den Spaß. Also echt mal fetten Dank an euch, dass ihr so im ersten Jahr, wo ich YouTube mache, ich glaube, ich mache das jetzt ein paar Monate und da schon 100 Abonnenten zu haben, war echt cool. Und ja, da wollte ich halt mal Danke sagen. Und als Special habe ich mir jetzt überlegt, Verlosung, habe ich gedacht, nee, nee, noch nicht. Und letztendlich ist mir dann eingefallen, ich könnte ja einfach so, keine Ahnung, ein paar Videos hintereinander bringen. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach so gedacht, ich versuche jetzt halt so ein Video hochzuladen. Und sobald es hochgeladen ist, kommt das nächste Video. Leider dauert es dann immer ein bisschen, weil Telekom hat langsam ist. Also so ein Abstand von einer halben Stunde sollte dann immer so ein Video kommen. Und ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Es sind darunter, glaube ich, Get Down werde ich vielleicht bringen, weiß ich aber noch nicht. Und zwei Secrets, also zwei Folgen-Secrets, also Weihnachts-Secrets mit jeweils drei Secrets drin. Sagt man das so? Keine Ahnung. Und, Alter, diese Eins habe ich ganz schön verkackt, wie es aussieht. Na, wenn YouTuber was bauen. Okay, und, ähm, ja, keine Ahnung, was ich noch bringen werde. Eigentlich wollte ich noch eine Folge Master-Bilders, aber, ja gut, ich Dusselkopf hab natürlich wieder was gelöscht. Auf jeden Fall, ähm, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstag oder einen Sonntag oder wann ihr das auch immer seht. Und, ja, habt noch einen schönen Tag, genießt die Folgen, die gleich kommen und, ja, habt noch einen schönen Tag und, ciao! Ciao!